Nach Let's Dance. Alex Mareihe-Peter will nicht mehr tanzen. Punkt. Aus Alex Mareihe-Peter, 25, wird in diesem Leben wohl keine Tänzerin mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dass Anna Ermakova, 23, die Show gewinnt, habe Alex von Beginn an geahnt, verriet sie weiterhin. Außerdem habe sie auch Philipp Boy, 35, und Julia Beautix, 24, im Finale gesehen. Bevor ich rausgeflogen bin, habe ich mir schon gedacht, dass die drei da später stehen werden, gab sie Preis. Doch warum hat sich Anna am Ende den Pokal geholt? Punkt. Anna hat ein Herz aus Gold. Sie hat Talent. Sie ist ein toller Mensch und sie hat es einfach verdient, schwärmte Alex von der Rothaarigen.